jo leute willkommen zurück zu just cause 3 und ich bin weg ja back dich wieder meine tür so und meine schwester heute mal wieder wachsen wieder an der tür welche tarnanziege verschwinden es mal was ich immer ein bisschen munition so bin ich eigentlich hier richtig also ich gehe mal rein ich habe doch viel viel besseres zu tun als mit mir rumzuschlafen so sieht mich gar nicht so ich habe ja nichts getan warum auf einmal ich werde schon weggegangen ich muss hier hinten nein die können durchschießen ok die ersten zwei minuten schon gestorben schön ich finde es auch sehr schön mit vollgas voraus übernehmen die kontrolle über ein fahrzeug sobald rico beginnt es zu entführen ja das habe ich auch schon gelernt zum beispiel helikopter fliegen oder zum beispiel ein vorbeinfahrendes auto einfach weiterfahren so dankeschön kann es mal beginnen waffe weg bringen ich helfe doch nur oder das geht für so ein auto ach ihr werdet gleich noch sehen wenn ich mal ein bisschen euer basis ein bisschen untersuchen werde wo ein graffiti mit waffen okay das cool das ist wirklich sehr cool gemacht oh nein 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 mein fahrzeug ist wieder ausgegangen moment mal okay jetzt wieder so dankeschön wo waren hier so explodier weißt du ich trage nur meine waffe zum spaß so nein echt so gucken wir kurz mal wo ich dann muss so das ist schon meine waffe so hopp mal ab helikopter kommt gut für mich einfach weiterfahren und einfach das mal mitnehmen so 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 ähm oh miss doch für mich schon wow wie konntest du aus dieser entfernung nicht treffen so 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 auch hier drin ist hier was so einmal granate so ermitteln vogel ähm wo ist denn dieser 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 Erstmal Das zu zerstören durch Okay, schnell weg Oh, ich kann das So, hoffentlich Fällst du genau dort runter Nicht dort Na, du bist eh zu schwer Kurzer Test Ähm In der Luft, okay So Moment Hm So, Dankeschön Ha Die machen ja meine Arbeit schon Aber von wo kommen die? So, jetzt zerstören wir das Ein Gefühl habe ich, dass das gleich Sehr zerstört Ähm Na gut So, noch einmal Oh yeah Was Ich habe mich selber umgebracht Jetzt kommt ein Achievement Achievement Ähm Wo steht Selbstmord Wo ich eigentlich 20 davon bekommen Sollte, weil ich schon Nee, eigentlich 100 Weil ich 100 Mal gestorben bin In diesem Spiel Bestimmt Ganz bestimmt Schon mehr als 100 Ich will nicht übertreiben Eigentlich Aber könnte ja vielleicht stimmen So Hm Dann würde ich sagen Weiter geht's Eine neue Zumleit Äh, eine neue Runde Jetzt habe ich wieder volle Munition Waffe wegstecken So Dann gucken wir Lieber Oh, ein Hubschrauber Oh, ein Hubschrauber Äh, ist das nicht unser? Wie scheint schon, oder? Nee, warte Hä, von wo? Habe ich das noch nicht eingenommen? Achso, das habe ich ja schon eingenommen Leute Okay Okay, das hat mir wirklich sehr geholfen Oh yeah Nein Okay Dann vielen Dank Dann kann ich mir noch Diesen Fahrzeug nehmen Und gleich damit fahren Oh, jetzt habe ich noch Die Reifen kaputt gemacht Okay Unnötig So Dankeschön Ist es dein Ernst? Ähm So Hinter der Deckung So, jetzt bin ich ein bisschen geschützt Warte mir ein bisschen Und Ein wilder Sniper Oh man Geronimo So Jetzt bin ich hier ein bisschen sicherer Was ich meine Ich kann mich regenerieren Jetzt wieder ich hier hoch So Und Und Hacken Kann ich gleich Aber erstmal Ich hier noch Damit ich frei von Helikoptern bin Okay Okay Das ist Blöd Und jetzt geht es ab in der Rakete So Moment Oh yeah Okay Ich wurde Wieder getötet Okay 101 So Das ist wirklich sehr schwer Hier Aber wenigstens Nicht die Sind die Jets Nicht mehr da Wenigstens Das Mehr Leuchtfackeln Schalte die Mods Max Leuchtfackeln Frei Indem du Weltfliegen Abschließt Du willst dich doch selbst Verwirklichen Oder Ja Das möchte ich Und ich möchte endlich Diese Provinz Schaffen Oder diese Basis Ich glaube Provinz Gibt es immer so Einen Riesen Basis Und das ist eine davon So taxi gefährlich Ja das kann ich Dann ist ein sniper Kurz mal ein bisschen zurückgehen In visier der Obrigkeit Oh Mist Siehst du mich jetzt Moment Ich glaube hier wäre es ein bisschen besser Oh yeah Headshot Uh ich war das nicht Bus La 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 Waffe wegstecken Guten Tag Wir haben hier einen Aufrührer Findet ihn Ähm Ja Findet ihn mal Und der sitzt einfach ganz gechillt Auf was sitzt du eigentlich Achso ich dachte du sitzt in der luft Ach das geht auch So dann gehe ich mal hier Wozu braucht man Autos Wenn man Moment mal So hier auch kann ich So Oh es ging gerade ab Kampfgebiet Kampfhubschrauber Da hinten Kann ich mir einen holen So So guten Tag Oh das war knapp Aber jetzt gehörst du mir Raus da Schnell ist mal weg Weil ich wusste es Und So hier einmal Zerstört Kann ich ein bisschen herkommen Ja Gut dann würde ich sagen Zerstör ich das mal So Ich glaub Raketen Wird mehr helfen Okay ja Oh So Jetzt bist du erledigt Und explodier noch So jetzt bin ich Klar Im Vorteil So Noch weiter Nein Natürlich nicht Ja Und Ja Geschafft Wenn man sich Konzentriert Dann schafft Man es auch Als Helikopter Hier reinfliegen Wow Der Sniper Ja Ach da unten Ist ein Schiff Okay Ich bin explodiert 102 oder 103 Wander Fallschirmspringen mit Stil Hast du beim Fallschirmspringen Etwas am Haken Drücke X Um einen Fallschirm zu schließen Und Haken Einzuholen Drücken Drücken Drücke Kreis Um den Haken zu trennen Ohne den Fallschirm zu schließen Ah Okay Das ist ja cool Das wusste ich auch noch nicht Übung macht dem Meister Nur die besten Erringen Bei der Herausforderung Fünf Zahnräder Ja Und Warum bin ich jetzt hier runter geflogen So ist da noch ein Sniper Ähm Nein aber Wow Headshot Uns liegen Berichte über Kampfhandlungen vor Alle Einheiten Ja komm her Wenn schon Denn schon Da mach ich richtig mit Und zwar mit nem Hubschrauber Uh Das könnte ich Auch noch nehmen Aber Mitnehmen Los Dankeschön Dankeschön Baum Ich hab dich schon immer Gemacht Schau uns von Anfang an Lanne Genau Hier Ich hab ihn immer noch nicht eingenommen Oder Du bist jetzt der Erwischt wird Ach komm Oh nein Tschüss Was Was Jetzt aber Okay Ich salte mal lieber hier rein So Oh yeah Oh Oh Warum merke ich gar nicht So Tschüss Und ich würde sagen Lassen wir das explodieren Hier Genau Und hier ist noch ein Boot Was Ich sehr blöd finde Wo seid ihr Ach interessiert mich sowieso Nicht So Jetzt habe ich es endlich geschafft Oh yeah Was Schnell weg Ähm Warum habe ich das jetzt gemacht Und ich entschuldige mich Dass mein Kleiner Bruder Jetzt Äh Wieder mal Wieder mal Schreit Schreit Wirklich Immer Immer Weil ich verstehe es auch nicht Oh Das war wirklich knapp Ha Von wo Von wo So Moment Und jetzt einfach weiter Und tut mir leid Weil es meine Eltern Wieder schreien Ey Moment mal So Ja Dankeschön Dass ihr Wenigst mal Jetzt kommt Jetzt Nach tausend Jahren So Und So Beleid Meine Eltern Oh Boah Das war wirklich knapp So Ich würde sagen Ich gehe erstmal Hierin Und zerstöre es hier mal So Reden die Roboter Wisst ihr das? Ich gehe lieber rein Hier bin ich glaube ich sicher Was? Ah Okay Weißt du was? Ich komme jetzt auch mal So Nein Wow Okay Das Das war gemein So Hackensystem Okay Ich habe einen besseren Plan Die da Hinten können mich ja nicht treffen Dort Ja Los Ich brauche Okay Ich brauche eure Hilfe Äh Oha Wie gemein Ich konnte hier wirklich gar nichts tun Aber Wenigstens kommen jetzt die Rebellen Rebellenunterstützungen kommen jetzt Ja man Und lass es laufen Du willst ein längster Rage da Was ist eigentlich dieser Racktime Damit Rico endlos In Rackdoll Modus Achso Rackdoll Doll heißt ja Puppe Und Ich entschuldige mich Dass meine Eltern Meine Familie In diesem Moment Jetzt ein bisschen lauter werden Vor meiner Tür sind die jetzt Und ja Da muss ich auch ein bisschen lauter hin So Dann werden wir Ein Harkensystem benutzen Und zwar werden wir Auch noch diesen Helikopter Nehmen Die merken uns ja gar nicht Guten Tag So Meine Schwester hat wieder Toll Oh Mann Raus hier Ach komm Ach komm Ich brauche mal Hilfe Rebellen Und ich entschuldige mich mal Wieder So Helikopter So Oh Dankeschön So Moment Bisschen weiter runter Alle Einheiten in Alarmbereitschaft Und das zerstören Sichtkontakt wiederherstellen Und hab ich's Nein Und Nein Jetzt aber Ja Das passiert oft Sie befinden sich auf Sperrgelehm Verschwinden Sie Nein Warum sollte ich Ähm Ja Da unten sind ganz schön viele Ich würde sagen Ich gehe Hier unten Dann muss ich auch erst mal runter Tschüss Runter mit uns So Merkt mich nicht mal Aha Oh yeah Nein Echt Wusste ich gar nicht So Ich bräuchte mal eure Hilfe So Moment Warum können die auch nicht Die Gegner so was ausbilden Dann hätten die auch keine Probleme eigentlich Aha Au Oh Mist Ich bleibe lieber mal Erst mich hinten Die können mich Jeden mal Kreuzweise So Äh Wer schießt denn da Oh Moment Oh yeah Oh Keine Granaten mehr Ich weiß wie ich das machen werde Noch einmal Oh yeah Das ging oder was So Kamera So Zerstörung Vergiss dich nicht Vergiss nicht mit wem du dich anlegst eigentlich Freundchen Du aber auch Oh yeah Explodier So Wow Boah Die Explosion ist fast schief gelaufen Erst mal ein bisschen weiter weg gehen Der Basiskommandant will dich persönlich erledigen Leg ihn um Äh Basiskommandant Ah Er kann mich mal So Jetzt habe ich es auch endlich geschafft Mal ein bisschen Voranzukommen Wie viel habe ich Ach da bist du Guten Tag Erledigt Mit dieser Waffe bin ich unstankbar Und wo noch Da hinten So Das ist aber da ganz oben Ähm So Moment Oh man In der luft Habe ich aber irgendwie anders gesehen Und Oh man Warum machst du das Riko Nein der hat mich noch gefehlt Aber dafür habe ich jetzt meine Raketen wieder Und Ja Ich würde sagen Wir machen das schnell Und dann bänden wir die Folge Obwohl Nein Ich bände jetzt die Folge Wir haben wirklich in diesem Part eigentlich Naja Wenig geschafft Denn Das ist wirklich eine sehr große Basis Es gab auch viel zu tun Und Leute Ich würde sagen Wie es dann weiter geht Bei Just Cause 3 Das erfahren wir beim nächsten Mal Also Leute Bis dann Tschüss Moment Okay Ja So Bis dann Leute Ciao